Ah, Sonnencreme. Hast du die Zahnbürste? Zahnbürste, ja, da. Und Socken? Socken, ja, auch. Ja, sauber, riech mal. Was ist mit der Brille? Brille? Ja, Moment, wo habe ich die? Kurt, auf deiner Nase. Ah, du bist so klug. Ja, das ist alles. Gut. Ah, ich habe noch was vergessen. Warte. Hallo Kinder. Hallo. Wir sind ganz aufgeregt. Wir reisen nämlich in die Ferien. Ja, ich bin ganz nervös. Hast du meinen Rucksack gepackt? Ja. Aber hast du auch zu essen eingepackt? Ja. Hast du auch meine Taschentüche eingepackt? Entschuldigung, dass ich so viel frage, aber ich bin so aufgeregt, weil wir in die Ferien reisen. So, diesen Kamm, den darf ich nicht vergessen. Den hast du mir geschenkt. Schau mal. Hallo. Da, Mira und ich. Kurt, wir reisen heute. In die Ferien. Nein. Was? Du, Kurt, und ich, Mira und Susu. Susu? Ja, genau. Nein, Susu. Seine Puppe. Die lebt doch gar nicht. Komm. Doch. Klar lebt sie. Susu lebt? Ja. Nein, nein. Schau mal. Schau mal. Fass mir nicht an meine Nase. Ich lebe. Ja. Geht unsere Reise jetzt endlich los? Das habe ich doch gesagt. Sie lebt. Komm, lass uns gehen. Die Brille. Danke. So. Danke. Na, Kurt? Alles okay? Bereit? Die Brille noch. Okay. Ja. Gut. Gut. Eins, zwei, drei. Los. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Oh. Uff. Oh. Oh. Schau mal da. Da unten. Oh. Oh. Ciao. Nein, nein, nein. Komm zurück. Nein. Vorsicht. Vorsicht. Oh. 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 Runter, runter, runter. Warte, 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 Vorsicht, schau mal da unten. Das ist ein Mann mit einem Rock. Susu, ich möchte da runter, zu diesem Mann. Okay, kein Problem. Wow. Hallo. Hallo. Hey. You're deaf? You? Yes. We are deaf. We three are friends. We come from Switzerland. Where are we here? Oh, you come from Switzerland? Wow, that's a long way. Nice. Well, this is Schotland. Welcome. My country. Um, listen, I'd like to have a look under your skirt. I'm quite curious to see what's beneath. You want to have a look under my skirt? No, no, no. Maybe a wind will arise and you're lucky to get a glimpse. Maybe. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. It's pretty cold. It's raining the whole time. We don't want rain. We want to go to a nice place where we can swim, where it's sunny. Yeah. Yeah. Okay. Which direction we must choose? Oh, go this way. This way. This way. Yeah. This way. Uh-huh. Uh. Okay. Thanks a lot. Nice to have met you. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Hi. Hm. Hm. Also ... Also, ich habe euer Gespräch genau verfolgt. Aber ... Ich habe nichts verstanden. Und du, Mira? So halb-halb. Hm. Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache. Hm. Genau so ist es. Und du? Hast du alles verstanden? Na klar. ich mag es zu reisen und habe viele gehörlose aus verschiedenen ländern getroffen ich habe von allen etwas aufgeschnappt und das internationale gebärden gelernt weißt du was ist wenn zwei gehörlose sich treffen dann beginnen sie automatisch zu kommunizieren genau gehörlose ziehen sich geradezu an weil sie die gehörlosigkeit verbindet auch kurt kann ein bisschen international gebärden weißt du was genau ja ja ich weiß kurt gebärdet immer so klug wir beiden gebärden so klug ja es gibt noch andere möglichkeiten wie man klug gebärden kann kennst du noch andere gebärden so so es gibt ganz verschiedene möglichkeiten ich möchte unbedingt international gebärden lernen das ist eine gute idee und du auch kurt auch du sollst es lernen lasst uns weiterreisen ihr beide seid so klug los in die richtung achtung fertig los halt halt wir müssen uns doch noch verabschieden wir fliegen jetzt nämlich dorthin wo es warm ist vielleicht treffen wir uns ja da das hoffe ich auch wir fliegen in diese richtung nach afrika wir haben viel geschafft vier folgen mira und kurt ja eins zwei drei vier die erste hieß schuhe die zweite brille die dritte geburtstag und die vierte reise und wir haben gut zusammengearbeitet jetzt haben wir es geschafft linke hand rechte hand tschüss mir an kutt die haben super gespielt das war lustig wirklich mir das was auch du oder und kurt das warst du oder mir hat wirklich riesen spaß gemacht mit ihr zu spielen ich hoffe es geht weiter mir hat es auch spaß gemacht ich habe viel positives feedback bekommen ja focus five möchte danke sagen fürs zuschauen für die reaktion und wir freuen uns auf weitere kommentare das projekt mira und kurt ist jetzt abgeschlossen aber wir würden es gern noch weiterführen ja und euer feedback motiviert uns sehr damit wir dieses projekt weiterführen können sind wir jetzt auf der suche nach sponsoren ja tschüss 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 Vielen Dank.